Hallo und herzlich willkommen zu diesem New World Update. Es ist soweit, es wird ein Public Test Reel, kurz PTA, also einen separaten Client mit der aktuellsten Entwicklerversion geben. Ich zeige euch hier, was es damit auf sich hat. Viele haben sich ein PTA gewünscht und ab dem 10. November um 20 Uhr wird dieses in Europa zur Verfügung stehen. Wenn ihr New World besitzt, solltet ihr im Laufe des Tages automatisch das Spiel New World Public Test Reel in eurer Steam-Bibliothek finden. Wenn ihr dieses herunterladet, werdet ihr dort die neueste Testversion des Spiels spielen können. Amazon Games weist explizit darauf hin, dass dort Fehler zu erwarten sind, aber dafür ist das PTA ja da. Außerdem soll es im PTA ein Tool geben, mit welchem ihr direkt Fehler an das Team melden könnt. Aber eins, sagt uns Amazon Games auch direkt, der Platz auf dem PTA ist beschreckt. Und damit nicht genug. In der Version des PTA, die heute Abend in Europa live gehen wird, ist direkt eine neue Waffe enthalten, der Unheilsstulpen. Der Unheilsstulpen ist eine Fernkampfwaffe, welche mit Intelligenz und Fokus skaliert und als DPS- und Unterstützungswaffe agiert, mit welcher ihr Gegner schwächen könnt. Dank der Attributkombination aus Fokus und Intelligenz soll der Unheilsstulpen perfekt mit dem Lebensstab funktionieren. Zu den Fähigkeiten hier einmal das Zitat aus der Ankündigung. Der Baum Auslöschung konzentriert sich auf die Maximierung des Schadens im Nahkampf und dreht sich um die Unheilsklinge, eine beschworene Klinge aus zersetzender Unheilsenergie. Der Verfallsbaum bietet Fernheilung und Schwächungszauber und dreht sich um die Kugel des Verfalls. Ein Zwei-Phasen-Projektil, das Gegner schwächen und Verbündete heilen kann. Mit seinem Arsenal an Buffs und Debuffs ist der Void Gauntlet, also Unheilsstulpen, hier fehlt ein wenig der Übersetzung, perfekt für den Gruppenkampf geeignet und kann deine Verbündeten auf Kosten deiner Feinde erheblich stärken. Weiterhin sind auf dem PTA folgende Neuerungen enthalten. Die Vielfalt der Feinde wird erhöht, die Rede ist hier von hutzeligen Schwarmzauberern, Käfern, verlorenen Schamanen, Piratenalligatoren, Ahnenwächter, Feuermagiern und verbesserten, verderbten Arbatern. Außerdem gibt es neue legendäre Waffenquests für den Unheilsstulpen. Und neu Feindesquests, bei denen man sich mit einer mysteriösen Gruppe namens Verangier beschäftigt. Außerdem gibt es eine verbesserte Haupthandlung. Hier zitiere ich, die Quests in der Haupthandlung wurden mit neuen Aufgabentypen und Questvarianten verbessert, darunter Wellenereignisse zerstörbarer Objekte und Näherungsknoten zur Verfolgung. Auch gibt es mehr Vielfalt bei den PvP-Quests mit drei neuen Missionstypen. Kontrollpunkte, bei diesen Missionen musst du die Kontrolle über Festungen übernehmen. Abfangen, besiege die feindlichen Fraktionsmitglieder und sammle ihre Tränen ein. Kriegslagerbeute, finde versteckte Pläne im feindlichen Kriegslager. Und zu guter Letzt ist das Verlinken der Handelsposten auch auf dem PTA aktiv. Auf der Seite, die ich euch in der Videobeschreibung verlinke, findet ihr alle Details zum Nachlesen. Was denkt ihr über dieses Update? Ich persönlich freue mich riesig auf das PTA. Denn dort dürfen Fehler passieren, ohne dass direkt das Spielerlebnis aller leidet. Wir werden uns also dort sehen. Viel Spaß beim Leveln und Craften. Euer Zali Gאט GÜT 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 GÜT